Mein Name ist der Goldpriester, ich wollte euch nur ganz kurz ein Mini-Easter Egg auf Zipuge zeigen Einfach beim Leuchturm bis ganz nach oben laufen, dann ins Wasser springen und Richtung Mond schwimmen Dann kommt ein creepy Sound, peace out, wir sehen uns im nächsten Video, oder besser gesagt wir hören uns im nächsten Video, ciao Bis zum nächsten Mal